Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück zu GS-Tactics. Wir haben ein Game geupraded. Der hat äh, ne warte mal, doch. Äh, legendär Lauf haben wir gegeben. Plus 60. Ne, den hat man schon gegeben. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. War das der Sid? War das die? Ne, Sid war das. Sid hat einen Lauf bekommen für 150% Treff, äh, kritischer Schaden. Und bei den anderen haben wir auch Krempel gemacht. Ist nicht so wichtig. Auf die nächste Mission. Und zwar, äh, Schmuggelware. Akt 2, Kapitel 5, Rettungsmission. Jetzt können wir den Sid mitnehmen. Ähm, boah, mit 2 beschränkt. Dann nehmen wir doch Sid und Gabe mit. Geht nicht. Dann, ähm, Cole. Dann Cole. Oder Gunther Bunker. Äh, Gunther Bunker. Nimm mal Gunther Bunker mit. Der gute alte Gunther Bunker macht das schon. Und auf geht's. Äh. Los. Auf ins Plötzchen. Jawohl. Jawohl. Warum sieht man eigentlich die Pistole in seinem Holster nicht? Das ist schade, ne? Oh, der war drückt. Stimmt. Also der letzte und irgendjemand, dem wir noch nicht wussten, dass der abgehauen ist. Alter, guck mal. Haben wir ein Schwein. Ausrüstung gesichert. Aber das jetzt gar nicht so wichtig ist. Okay, wir gehen zuerst zu dem da. Bin unterwegs. Los, Gunther Bunker. Boah, ich konnte ein bisschen näher heranzoomen. Cool. Aber nicht wirklich. Schussfeld festgelegt. Wieder zu den anderen. Zum anderen. Entschuldigung, wir sind ja nur zwei. Halte die Stellung, Leute. Diese Fracht muss uns irgendwas Nützliches über Ucon verraten. Sucht weiter. Diese Fracht. Eine Splitter oder Stimtgranate geworfen. Oh Mist. Nein, nein, nein. Oh je. Das ist Traufgängerschuss. Ne, wir wollen den Explosionsradisch machen. Aber er muss sterben dabei, ne? Das ist das Problem. Machen sie einfach so. Seitdem schießen jetzt direkt. Aua. Oho. Boah. Habe ich gut gemacht, oder? Okay, so. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Oh, scheiße. Ich habe Stimgranaten. Okay. Der ist nicht in einem Radius. Aber wenn ich ihn wiederbelebe, dann hat er mehr Aktionspunkte, richtig? Weil ich glaube, wenn er Aufschwung macht, nicht. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, genau. Okay. Wir gehen jetzt mal ganz schnell in Deckung. Und wir dahin. Hoffen wir, dass wir nicht platt gemacht werden. Oh, das ist aber praktisch. Da ist auf jeden Fall. Sehr schön. Kommt nur ihr Lappen. 45. Fast keine Munition mehr. Treffer. Deckung ist im Arsch. Und dann schießt er aber daneben. Keine Munition. Nein, diesmal sind wir echt knapp in der Zeit. Ja. Ich wollte gerade sagen. Die Ruhe wird nicht halten. Versprochen. Bringen wir es hinter uns. Wie soll man da raustorkeln? Ihr habt doch nicht gedacht, wir lassen euch im Stich. Mund abputzen und weiter. Wir kämpfen uns raus. Mund abputzen und weiter. Oh oh. Oh nein, ist das Ukon? Ne, wer ist das denn? Theronwache. Ach, das sind die mit diesen bescheuerten Pfeilen. Ja. Ist das Thronwache oder Theronwache? Theron. Theron. Trotzdem ist man da hoch. Wir geben Gas und holen den raus. Guck mal, das ist noch so eine Kiste. Das gibt's doch nicht. Die Kapsel. Da, neben mir. Ist es das, wofür ich es halte? Was denn? Ach, die kommen alle in die Leiter hoch, oder? Der geht da lang. Nein, nein, nein. Du schießt jetzt nicht, ne? Wir liegen da oben, ne Miene hin, oder was? Ne, warte mal. Gunter Bunker. Scheiße, das gibt's ja nicht. Das sind Scharfschütze. Bestätigt. Das sollte nützlich sein. Hier, fangt das! Ziel ausgeschaltet. Ich glaub nicht, dass der andersrum kommt. Wir werden's sehen. Wir werden's sehen. Okay, bei dem müssen wir jetzt auch aufpassen. Eins, zwei... Komm, die vier kriegt doch locker. Schieße jetzt noch mal. Verletz dich. Oh, okay, pass auf. Jetzt kommen sie hoch, pass auf, vielleicht... Ah, scheiße, die kommen echt nicht. Okay. Pass mal auf. Komm schon, nicht daneben schießen. Dankeschön. Hat den nicht geto... Hat den... Ultimativer Schuss. Wenn dieser Einheit jetzt hier durch den Schuss zu Boden bringt oder töten, hält sie die maximale Anzahl an Aktionen. Okay, das wär dann... Machen wir den erstmal so. Scheiße. Konzentration. Du Vollpfosten. Das mach ich mit einem Schuss. Geht doch. Keine Munition mehr. Sei zum Nachladen. Du bist Geschichte. Okay. Jetzt hat er genug gemacht. Jetzt kann er hier wieder zielen. Überwache die Umgebung. Geht bestimmt drauf. So. Alles in Sack und Tüten. Alles in Sack und Tüten. Das geht nicht. Das geht nicht. Geht doch. Endlich. Sehr schön. Und der Nächste. Das wär super. Geil. Und der Nächste. Und der Nächste. Okay. Jetzt sind wir drin. Okay. Warte auf Befehle. Gib mir Deckung. Ich lade nach. Das ist aber nicht die Dingens weg. Ne? Nö. Sehr schön. Hier. Hab dich erledigt. Ja. Oh. Beine weggeschossen. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Ja. 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 Geht klar. Äh. Nur ein kleiner Schnitt. Wie viel Zeit hatten wir denn noch? Schick. Sieben. Okay, Soldat. Du kommst mit uns. Jackpot. Das ist dieselbe Art von Kanistern, der Ukon geschnüffelt hat, bevor er zur Supermade wurde. Schnappt ihr mal ein. Eine ziemlich gute Spur. Bringen wir euch zwei in Sicherheit. Auf zum Transportpanzer. Ach toll. Jetzt müssen wir noch den Lappen platt machen. Der Lappen. Und letztens gab es bei euch eine Doppelfolge. Ne? Hab ich noch ein bisschen nachher geschnitten. Und ich habe vergessen zu schneiden, weil die Folge zu kurz war. Sieht das manchmal nicht mit. Aber euer Schaden war es ja nicht. Coole Synchronstimme. Kenn ich. Guck mal. Das ist wieder ein Dingens. Feindbewegung. Der macht jetzt bestimmt denen da platt. War das dann alles? Oh, wir kriegen wieder mehr Normale. Das ist super. Madenblockade unterwegs. Räumt sie weg. Madenblockade. Ne, toll. Zwei Scharfschützen. Das wird jetzt lustig. Der Feind legt sich ins Zeug. Hier kommt noch eine Welle. Naja, 100. Das ist ja gar nichts. Das ist eigentlich immer noch da. Wir werden es jetzt sehen. Wir werden es jetzt sehen. Lassen wir sie hochkommen. Wir wollen es wissen, ne? Granativisieren wir sie. Granativisieren. Anfänger. Verstanden. Verstanden. Anfänger. Verstanden. Anfänger. Annäherungsschmine. Jetzt hat mein Dingens geguckt. Ist egal. Schießt mich nur ein bisschen um uns. Okay. Ey, was? Hat sie zwei erwischt oder nur einen? Der ist er wieder. Ne, ist nie Scharfschützen. Lasst uns in ein paar Ärsche treten. Sprint. Tarnung. Wir wissen aber nicht, ob er diesen Skill hat für die Tarnung. Erwischt. Ey. Bleibe in Alarmbereitschaft. So. Nochmal zwei weg. Granate geworfen! Eine tote Marde! Sehr schön. Nochmal. Der ist weg. Ich hole mir die Kills. Ich hole mir die Kills. Ich hole mir die Kills. Ich bin unterwegs. Extrahierungszone in Sicht! Bewegung! Mal sehen, was sie zu bieten haben. Was ist denn der andere Lappen? Boom! Das schaffst du! Letzter Schuss Das schießt dann Oder wie war das Ich weiß es nicht mehr Ich wusste es nicht mehr Ich habe es vergessen Ist aber egal Kann er wieder schießen Dann zeig was in dir steckt Oder auch nicht Gebe Feuerschutz Wir drücken vor Er getroffen? Ne Der auch nicht Ach das war der War das der? Äh War das der da? Das war der Das ist nicht passiert Wenn wir die mitnehmen Wäre toll wenn wir die Standardmäßig ausrüsten könnten Ne ne Keine Sorge Wir gehen jetzt Schätze ich sollte dir Fürs Rennen danken Wenn wir herausfinden Was in dem Kanister ist Ist das vielleicht der Schlüssel Um Ukon zu besiegen Guck mal Er hat den Bogen noch Ukon Ukon hat dieses Zeug eingeatmet Was ist das? Nimm den Zug Dias Dann erschieße ich dich Als Experiment Mein Vascari ist eingerostet Eigentum des Nitroma Gesundheitsinstituts Ein verdammt dicker Fang Dann ran an den Fang Der weiß doch irgendwas Oh Nächste Mission Ne Warte mal Doch Ne das ist nach der Mission Ha Ha Konvoi Upgrade freigeschalten Dein Trinklosen Dauer von 11 Einheiten Gut aber Ich will ja die Ich will die Einheiten alle mit in die Schlacht nehmen Das darf ich ja nicht Okay Leute Ich werde jetzt hier mal wie immer Aufmöblieren Und das mache ich ohne euch Bis zur nächsten Folge Von Geostactics Bis dann wie immer Leute Haut rein